Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video sprechen wir über wichtige Makrodaten und es gibt den Jahresrückblick für das Jahr 2023. Bevor wir starten, ein Hinweis aufs heutige Aktienvideo. Detailanalysen zu Blog, Medical Properties Trust und Bico. Link zum Video in der Videobeschreibung. Wir beginnen das heutige Video an diesem letzten Handelstag im Jahr 2023 mit einigen Grafiken und Makrodaten und beginnen mit Smart Money vs. Dumb Money. Wir sehen hier wieder einen leichten Abtick bei den institutionellen Anlegern, während die Kleinanleger hier jetzt aktuell so ein bisschen der Mut zu verlassen scheint. Man muss aber auch dazu sagen, heute sehen wir auch marktbreit Gewinnmitnahmen. Steht auch die neunte Grüne Woche in Folge beim S&P 500 in Gefahr. Das schauen wir uns aber nachher dann natürlich bei den Live Charts. An dem Großen und Ganzen muss man hier fast dazu sagen, sieht es hier mehr so ein wenig danach aus, als würden die institutionellen Anleger durchaus drauf wetten, dass die Märkte im neuen Jahr neue Allzeit hochsgenerieren. Haben hier auf jeden Fall ordentlich nochmal zugekauft. Jetzt sogar in steigende Kurse. Muss man aber auch ganz klar dazu sagen, das ist natürlich nur einer von vielen Indikatoren, die wir auf diesem Kanal beobachten. Und man muss natürlich dazu sagen, dass die institutionellen Anleger hier auch noch mehr Aufwärtspotenzial hätten und das könnten sie natürlich ausschöpfen, indem sie noch zuversichtlicher wären dann im Rahmen von fortgesetzten Gewinnmitnahmen dann durchaus auch im neuen Handelsjahr. Es war ein extremer November und Dezember und es wurde vermutlich auch ein bisschen was vorweggenommen fürs kommende Jahr. Wir sprechen aber gleich noch in einigen Grafiken drüber, welchen potenziell gewaltigen bullischen Trigger wir buchstäblich nach wie vor an der Seitenlinie haben. Hier schauen wir uns mal an, warum wir die aktuelle Marktsituation durchaus als Bullenmarkt bezeichnen. Dow Jones jetzt zuletzt mit 12 und 14 grünen Handelstagen. Der S&P 500 ist on track for its nine consecutive Green Week. Also ist aktuell auf dem Weg zu seiner neunten grünen Woche in Folge, wobei das gerade auf der Kippe steht. Das schauen wir uns wie gesagt gleich bei der Chart-Analyse an. Und das wäre die längste Gewinnserie in den letzten 20 Jahren. Und natürlich auch Mega-Cap, Tech-Stocks und der Nasdaq haben es geschafft neue Allzeithochs zu erreichen. Und unten schauen wir uns mal an, was in der Regel passiert im S&P 500 nach einem Allzeithoch, wenn wir zuletzt ein Jahr lang kein neues Allzeithoch gesehen haben. Und zwar sehen wir dann in den folgenden 252 Handelstagen, also in etwa ein Jahr später, dass der S&P 500 bislang mit einer Quote zurück bis in die 50er Jahre von 93% positiv war, mit einer durchschnittlichen Rendite von 14%. Und darüber haben wir auch zuletzt gesprochen. Neue Allzeithochs sind bei Gott kein Verkaufssignal. Vor allen Dingen nicht, wenn sie danach als Support getestet werden. Jetzt muss man aber auch ganz klar nochmal eines dazu sagen. Der S&P 500 hat noch kein neues Allzeithoch erreicht. Es fehlen noch in etwa 30 Punkte aufs Allzeithoch. Und man muss dazu sagen, hier so ein bisschen überkauft am Widerstand. Im Moment kann man auch durchaus so ein bisschen mal das Thema Korrektur ansprechen. Und dann müssen wir diese Grafik und das Thema neues Allzeithoch im S&P 500 möglicherweise noch so ein bisschen ins Jahr 2024 reinschieben. Muss auch ganz klar dazu sagen, eine gewisse Abkühlung. Und darüber sprechen wir ja auch schon in den letzten Tagen und Wochen in den März. Immer wieder würde den Märkten aktuell hier nicht schaden. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen ins Jahr 2024 rein. Sprechen wir mal über das mögliche Narrativ. Wir sprechen darüber, was sich hier potenziell an der Seitenlinie noch aufhält. Und natürlich auch, was es bräuchte, damit hier gewisse Geldströme sich in Bewegung setzen. Und dazu stimmen wir uns mal ein mit der Grafik hier von Goldman Sachs und der Baseline von Goldman für die entsprechenden Zinssenkungen für 2024 und 2025. Goldman geht davon aus, dass wir drei consecutive Rate Cuts bekommen. Also drei aufeinanderfolgende Zinssenkungen im März, Mai und Juni 2024. Jeweils um 25 Basispunkte und dann noch eine weitere Zinssenkung im dritten Quartal und eine weitere Zinssenkung im vierten Quartal für insgesamt fünf Zinssenkungen im Jahr 2024. Natürlich jeweils um 25 Basispunkte ist hier die Annahme. Und dann noch drei weitere Zinssenkungen im Jahr 2025. Goldman Sachs geht hier also davon aus, dass der Zins Ende 2025 bei 3,25 bis 3,5 Prozent stehen wird. Hier ist natürlich der Leitzins der FED gemeint, also der US-Notenbank. Und schreibt mir hier mal direkt in die Kommentare, gehst du mit dieser Annahme d'accord oder gehst du davon aus, dass wir vor allen Dingen nächstes Jahr mehr Zinssenkungen sehen werden als insgesamt fünf Stück? Oder gehst du davon aus, dass die FED die Zinsen tatsächlich auf aktuellen Niveaus oder minimal drunter für länger hochhalten wird? Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Wir bleiben nochmal beim Zinsverhalten der US-Notenbank und schauen uns hier mal das Ganze an im Verhältnis zum Thema Volatilität. Wir wissen, der Wix ist aktuell sehr, sehr niedrig. Und hier haben wir auch eine Erklärung dafür. Das ist das typische Verhalten nach der letzten Zinsanhebung. Wir wissen, die letzte Zinsanhebung war im Juli. Da haben wir den maximalen Leitzins erreicht, aktuell von 5,25 bis 5,5 Prozent. Und danach gehen wir eben gerne viele, viele Tage seitwärts bei sehr niedriger Volatilität. Erst so nach 150, 160 Tagen hier in etwa schaukelt sich der Wix das erste Mal auf. Das wäre so gut fünf Monate nach der letzten Zinsanhebung. Wenn wir darüber sprechen, dass der S&P 500 möglicherweise so Mitte Januar ein bisschen volatil wird, würde das hier sogar perfekt zusammenpassen. Das behalten wir definitiv mal im Hinterkopf, bevor sich dann allerdings der Volatilitätsindex nochmal deutlich beruhigt. Und erst so nach 260, 270 Tagen beginnt er sich dann richtig aufzuschaukeln, wenn wir hier mal vergangene Zinszyklen in Verhältnismäßigkeit setzen zum Volatilitätsindex. Und das würde uns dann durchaus bis Mitte nächsten Jahres noch Platz lassen für sehr ruhige, freundliche Märkte, die sich eben entsprechend nach oben schrauben können. Also wir finden durchaus hier eine gewisse Erklärung, warum die Märkte aktuell so ruhig sind. Das Thema Zinsplateau, Zinspause war historisch schon immer etwas sehr, sehr Bullisches. Und hier sehen wir mal den Chart von Bloomberg zum Thema Money Market Funds. US Money Market Funds, Total Assets, Undermanagements sind aktuell 5,8 Billionen US-Dollar. Und hier sehen wir auch schön den Chartverlauf. Und es kam auch immer wieder an interessanten Punkten dann zu mehrjährigen Dips auch, teilweise bei den Money Market Funds, hier vor allen Dingen nach der großen Finanzkrise, nachdem sich die Leute eben reinflüchten. Da schauen wir uns auch gleich noch eine interessante Grafik an, nachdem sich die Leute eben in Rezessionssorgen reinflüchten in die Geldmarktfonds. Und dann eben, wenn dieser Punkt einen gewissen Top-Punkt erreicht, wenn das Ganze dann kippt, dann ist das in der Regel in der Vergangenheit durchaus natürlich ein bullischer Trigger gewesen für die weiteren Märkte. Also natürlich nicht nur für Aktien, da fließt dann auch Geld natürlich in Anleihen, keine Frage. Da fließt dann auch Geld, aber auch in die Aktienmärkte und vermutlich dann auch ein gewisses Geld in die Kryptomärkte. Wichtig ist aber, dass wir das auf dem Schirm haben, dass wir aktuell in der Situation sind. Und beispielsweise war es auch Ende 2020 so, dass die Money Market Funds einen Top gesehen hatten. Und dann kam es eben 2021 zu diesem Dip bei den Money Market Funds. Und wir wissen alle noch, wie die Märkte dann nach oben geschmolzen sind. Allzeithochs bei den Money Market Funds ist was, was man als Investor definitiv immer auf dem Schirm haben muss. Und den Zusammenhang zwischen Geldmarktfonds und den Rezessionssorgen sind wir hier nochmal sehr schön dargestellt in der Grafik von Goldman Sachs. Die helle Linie sind die Zu- und Abflüsse in den Money Market Funds. Und die dunkle Linie, das sind entsprechend die Rezessionserwartungen der New York Fed. Und das ist schon interessant, schaut euch das mal an. Hier 2020, als wir das Top gesehen haben bei den Rezessionserwartungen, war kurz drauf das Top bei den Money Markets erreicht. Und als dann die Rezessionssorgen abgenommen haben, haben mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung entsprechend dann eben die Geldflüsse extrem stattgefunden, raus aus den Money Market Funds. Und jetzt aktuell sehen wir es wieder ähnlich. Jetzt sehen wir natürlich nochmal deutlich höhere Rezessionserwartungen von der New York Fed, als wir es 2019 gesehen haben. Und natürlich wieder parallel dazu die gleiche Entwicklung, massive Zuflüsse in die Geldmarktfonds. Jetzt sehen wir, dass hier eindeutig ein Top drauf ist bei der Rezessionserwartung der New York Fed. Und jetzt ist eben die große Frage, mit welcher zeitlichen Verzögerung wird dann auch entsprechend der Abfluss im großen Stil stattfinden, eben bei den Money Market Funds. Was wichtig dafür ist natürlich, und das liegt ja natürlich auch auf der Hand, dass das Thema Rezession dann auch wirklich auf absehbare Zeit aktuell vom Tisch ist. Und dann sind diese Money Market Geldflüsse aber durchaus auch relativ zuverlässig. Die sind wie ein Tanker, die laufen in eine Richtung und laufen dann auch erstmal in diese eine Richtung. Wir haben es gerade gesehen, auch wenn der Trigger sozusagen, die Rezessionsängste dann bereits am Fallen sind, läuft das erstmal noch weiter in die Richtung, bis das dann dreht. Und dann dreht das aber auch so richtig. Und hier sehen wir mal, wann zuletzt die Money Market Funds so richtig hart reversed haben im großen Stil. Und das war eben nach der großen Finanzkrise 2009. Ihr seht links das Jahr und rechts seht ihr die Milliarden US-Dollar, die entsprechend in den Money Market Funds zu dem Zeitpunkt gebunkert waren. Das ging zuerst massiv rauf von 320 auf 513 Milliarden US-Dollar und ging dann aber zuverlässig über zwei bis drei Handelsjahre nach unten. Also dieses Dash for Cash, dieses Rennen nach Cash ist dann erstmal vorbei und dann gibt es in der Regel auch, eben weil das solch gewaltige Summen sind, schraubt sich dann eben der Markt, in den das Geld reinfließt, nach oben. Und wir wissen alle, wie das ist mit dem Thema Momentum. Steigende Märkte ist dann eben der beste Trigger für weiter steigende Märkte. Vor allen Dingen, solange dann noch gewisses Geld an der Seitenlinie ist hart und das haben wir natürlich auch 2022 gemerkt, wird es dann, wenn eben nach einer gewaltigen Rallye plötzlich das Pulver an der Seitenlinie dann zu austrocknen beginnt und da muss man sich dann eben und das wird die große Aufgabe sein für uns als Trader hier auf dem Kanal, als Community auch im Discord und natürlich hier auch als Community auf YouTube. Das wird die große Herausforderung sein in den nächsten ein bis zwei Jahren. Dann wirklich, falls es zu einer Melt-Up-Rallye kommt und falls es wirklich auch zu einer Art Blow-Off-Top kommen sollte in diesem Zusammenhang, welches Szenario wir dafür brauchen, fassen wir gleich nochmal zusammen. Aber dass wir dann wirklich in potenzieller Top-Nähe dann durchaus vorsichtig werden. Also fassen wir das Ganze nochmal zusammen, was du aktuell sehen möchtest, wenn du derzeit bullish bist auf die Märkte für 2024. Du möchtest, dass das Thema Goldilocks Szenario eintritt, also dass die Wirtschaft einigermaßen stabil bleibt, dass wir keine großen Probleme bekommen bei den Earnings entsprechend. Du möchtest, dass die Inflation den Abwärtstrend weiter fortsetzt. In erster Linie wollen wir dann natürlich auch sehen, dass der Ölpreis weiter Schwäche zeigt, dass wir eben auch gerade aus Sicht der Energiekosten keine bösen Überraschungen kommen sehen. Und dann wollen wir natürlich in diesem Zusammenspiel von stabiler Wirtschaft und weiter fallender Inflation, die bestenfalls dann auch in Richtung 2% fällt, eine Notenbank sehen, die solide und wie sie es jetzt angekündigt hat, eben auch in relativ zügigem Tempo dann wirklich beginnt, die Zinsen zu senken. Und dann denke ich, können wir zuschauen, wie vor allen Dingen auch die Renditen am Anleihenmarkt noch weiter fallen sollten. Und dann denke ich, werden wir eben auch diesen Knick bekommen bei den Money Market Funds. Und da bin ich dann auch persönlich, muss ich ganz klar dazu sagen, sehr, sehr gespannt, wenn das alles so eintreten sollte, was das dann für Kurse im S&P 500, im Nasdaq und natürlich auch in den weiteren Indizes, aber natürlich auch am Kryptomarkt zur Folge haben kann. Damit kommen wir zur Chart-Analyse und das machen wir heute mal ein bisschen anders. Wir schauen uns heute mal einige Sektoren an im S&P 500 und schauen uns ihre Jahresperformance an im Jahr 2023. Wir beginnen mit Technology. XLK ist natürlich sehr stark performt. Auf Jahressicht stand jetzt, hat der Technologiesektor ganze 56% dazu gewonnen. Wir machen weiter mit einem Sektor, der auch sehr gut gelaufen ist im Jahr 2023, nämlich Consumer Discretionary, auch ein Plus von 40% im gesamten Sektor. Das ist ein Artikel, die man haben kann, aber nicht zwingend haben muss. Und das spricht natürlich auch, muss man ganz klar dazu sagen, für den US-Konsumenten. Und hier sehen wir, da wäre sogar noch deutlich Platz zu Allzeithochs. Und wir haben hier natürlich auch neue 52 Wochen Hochs gesehen. Zuletzt Consumer Discretionary, auch sehr, sehr stark gewesen, hat aber natürlich hier auch im Rahmen der Rallye durchaus Gaps geöffnet. Es geht weiter mit einem Sektor, der auch gut gelaufen ist, im aktuellen Jahr sehr gut, sogar ein weiterer Risk-On-Sektor. XLC, Communication Services sind das. Und auch hier sehen wir ein saftiges Plus auf Jahressicht von 53%. Ihr seht also die Sektoren, die man klassisch Risk-On zuschreibt, Tech, Consumer Discretionary und Communication, die sind alle drei in diesem Jahr sagenhaft gut gelaufen. Jetzt wenden wir das Blatt und schauen mal auf die defensive Seite der Sektoren. Und da sieht die Welt, muss man dazu sagen, schon gleich ganz anders aus. Wir beginnen mit XLP, das sind die Consumer Staples. Das sind jetzt die Artikel des täglichen Bedarfs, die wirklich jeder braucht. Und das ist ein klassischer defensiver Sektor und der ist unter hoher Volatilität in diesem Jahr seitwärts gegangen und beendet das Jahr jetzt hier sogar mit einem Minus von 3,1%. Wir kommen zu einem weiteren Sektor, der klassisch den defensiven Sektoren zugeschrieben wird. Das ist wirklich interessant. Der ist nämlich ganz genau flat aufs Jahr 0,0% XLV, der Healthcare-Sektor. Hier muss man aber dazu sagen, der ist auch nur flat, weil der seit den Oktober-Tiefs wirklich extrem gut gelaufen ist. Der zeigt uns hier eine Rallye von 11,5%. Also bis vor wenigen Wochen war man hier mit Healthcare in diesem Jahr noch zweistellig im Minus. Jetzt sind wir hier auf Plus, Minus, Null. Und jetzt ist natürlich die große Frage, gehen wir hier dann positiv ins neue Jahr? Auch schon mal hier gleich was für die Watchlist-Potenzial. XLV ist nämlich hier absolut am Widerstand angekommen. Der Aufwärtstrend ist noch intakt. Und wenn wir hier in Richtung der Topskin, die wir Ende 2022 gesehen haben, dann hätte Healthcare als Sektor hier noch knapp 4% Aufwärtspotenzial. Aber man muss ganz klar dazu sagen, das war hier wirklich eine extreme Rallye. Und Healthcare ist aktuell definitiv am Widerstand. Wir kommen zu einem weiteren Sektor, der klassisch den defensiven Sektoren zugeschrieben wird. Wir kommen zu den Utilities, also zu den Versorgern. Erstmal ist hier eine wunderschöne Harmonic im Chart. Herrliches 78er Fibonacci auf der B. Danach wunderschön die Impulswelle und das Tief hier, bevor eine massive v-förmige Erholung einsetzt. Ist hier ganz genau im Rahmen des 127er Extensions zur Downside gewesen. Habt diese Dinge auf dem Schirm. Da wird es im nächsten Jahr auch entsprechende Videos dazugeben mal zu Chart-Technik, auch zu Harmonics, dann letzten Endes und natürlich auch zum Thema Fibonacci. Zu diesem Sektor, der ist auf Jahressicht 10% im Minus und das muss man wirklich dazu sagen. Das ist ein Headtrick auf beiden Seiten. Alle drei Risk-On-Sektoren sind massiv im Plus fürs Jahr 2023 und alle drei Risk-Off-Sektoren, also Healthcare, dann die Consumer Staples und hier die Versorger, sind bestenfalls flat, aber auch nur wegen einer extremen Rallye, jetzt zuletzt bei Healthcare oder eben dann übergeordnet aufs Jahr im Minus. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonniere auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Und wir machen in diesem Stil weiter und gehen mal die wichtigsten Charts durch und ihre Year-to-Day-Performance. Wir machen weiter mit dem US-Dollar-Index, der tatsächlich aufs Jahr jetzt im Minus ist und zwar mit 2,2% und die hier hohe Volatilität seitwärts gegangen ist und wir wissen aber auch, dass der US-Dollar-Index und dann gleich noch ein bisschen aktuelle Chart-Analyse mit rein, hier weiterhin unmittelbar am wichtigen Support ist, wenn wir hier drunter brechen. Klar, schauen wir dann hier noch auf das Tief aus dem Juli, aber die echten Supports kommen dann potenziell sogar noch mal deutlich tiefer. Abwärtstrend ist weiterhin intakt und die heutige Tageskerze hat sich möglicherweise, was zuletzt Support war, auch Widerstand abgeholt. Hier ist einer der Charts, wo ich wirklich extrem gespannt bin, wie es im kommenden Jahr hier weitergeht. Wir machen weiter mit der Verzinsung der 10-jährigen Staatsanleihe und die war zuletzt tatsächlich, wer hätte das gedacht, auf Jahressicht flat an den Tiefs, die wir gesehen haben am Donnerstag, also gestern und vorgestern hier im Bereich von 3,78 Prozent. Aktuell sind wir hier knapp 3 Prozent im Plus und hier auch ein bisschen aktuelle Chart-Technik mit rein. Achtet mal hier auf die 3,88 Prozent. Die waren zuletzt ein kleiner Support, wenn hier potenziell als Widerstand, wenn die Zinsen noch mal stärker ansteigen sollten, wenn es hier noch mal wirklich auch beängstigende Entwicklungen gibt, dann braucht man hier ganz klar einen Breakout zurück über die 4 Prozent. Zinsen auf die 10-Jährige sind minimal im Plus, waren bis vor wenigen Tagen hier sogar auf Jahressicht sogar plus, minus, null. Wir kommen zum Ölpreis und der ist auf Jahressicht etwa 8,5 Prozent im Minus. Wir haben hier die Kerze vom 3. Januar, die erstreckt sich in einer relativ großen Range zwischen 80 US-Dollar und etwa 77 US-Dollar. Wenn wir hier in etwa die Mitte nehmen, der Tageskerze als Punkt für die Year-to-Day-Berechnung, dann sind wir hier knapp 8 Prozent im Minus. Aktuell kämpfen wir hier mit den 72 US-Dollar. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das laufen wird im kommenden Jahr. Muss man aber auch dazu sagen, jetzt gerade zuletzt hat der Ölpreis hier wieder den Abwärtstrend respektiert und wenn es hier noch Ölpreise geben sollte, so gerade in Richtung 66, potenziell sogar in die tiefen 60er, dann wäre das natürlich auch gerade fürs kommende Jahr im Hinblick auf das Thema Inflation durchaus wünschenswert. Also ich muss ganz klar dazu sagen, als Bulle dem Aktienmarkt gegenüber dürfte dieser Abwärtstrend hier beim Ölpreis durchaus noch eine Weile intakt bleiben. Wir kommen zum Goldpreis und der ist auf Jahressicht etwa 13 Prozent Implus. Zeigt uns hier aktuell natürlich auch eine interessante Preis-Action. Wir wollen den Goldpreis hier über 2070 US-Dollar sehen, dann ist definitiv auch nochmal ein Besuch hier drin bei den Allzeithochs. Achtet mir vor allen Dingen hier auf die lokale Preis-Action beim Goldpreis. Es wird sehr, sehr spannend werden, gerade auch eben in der Korrelation zum US-Dollar-Index. Goldpreis auf Jahressicht dann tatsächlich 13 Prozent Implus. Wir kommen zum Bitcoin und der ist auf aktueller Sicht, auf Jahressicht 154 Prozent Implus. Hier müssen wir allerdings auch noch ein bisschen in die aktuelle Preis-Action reinspringen. Kurze tagesaktuelle Analyse. Wir sind nämlich jetzt mit dem heutigen Tag unter die 42.300. Wir wissen auch heute ist dieser wichtige Stichtag gerade nochmal im Hinblick auf die Spot-ETFs aktuell fallende Tiefs beim Bitcoin. Hat mir das so ein bisschen auch als mögliches Doppeltop auf dem Schirm, als mögliche Zielzone hier für einen Rücksetzer nochmal in die tiefen 40er. Potenziell sogar knapp drunter. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Derzeit machen wir uns aber noch minimal höhere Tiefs. Die 42.200 sind gebrochen. Gefällt mir aktuell nicht so gut. Unter 41.500 wollen wir den Bitcoin eher nicht mehr sehen. Ansonsten muss man hier mindestens mal einen Backtest der 50-Tage-Linie auf dem Schirm haben. Das wäre hier dieser Bereich um die 40.000 Punkte. Falls dieser Aufwärtstrendkanal hier brechen sollte, dann möglicherweise sogar eine schärfere Korrektur. Bitcoin besser über 42.200 und vor allen Dingen dann mittelfristig ganz klar über 44.000 bis 45.000. Kommen wir zum S&P 500 und hier gibt es natürlich am Sonntag oder am Montag müssen wir schauen, wann es das Markbriefing geben wird. Am Sonntag definitiv das Big Tech Update und möglicherweise dann Montag mit Neujahr das Markbriefing, so wie wir es an Weihnachten gemacht haben. Der S&P 500 ist auf Jahressicht 25% im Plus. Also ein sehr, sehr gutes Handelsjahr für den US Light Index und habt mir hier definitiv mal so ein bisschen den Blick auf den 4.750 Punkten. Wir sehen heute den kleinen Trendbruch, da sprechen wir am Sonntag drüber im Markbriefing und eben hier so ein bisschen auch aktuell jetzt die Wochenkerze am Wackeln. Das schauen wir uns ganz kurz noch an. Die ist jetzt gerade für den Moment wieder grün geworden. Also jetzt für den Moment sehen wir gerade die neunte grüne Woche in Folge und dafür ist es wichtig, dass sich der S&P 500 heute auf Wochensicht eben über 4.750 Punkte hält. Jetzt kommen wir zum Nasdaq 100. Auch der ist ja in seiner neunten grünen Woche in Folge. Damit die Woche grün bleibt, wollen wir den Nasdaq auf Wochenschlusskurs über 16.750 Punkte sehen und der Nasdaq ist auf Jahressicht sage und schreibe 57% im Plus. Und wie der Nasdaq ist auch der Dow Jones bereits im Bereich von Allzeithochs unterwegs. Wir sehen hier auch den Year-to-Day-Ausschnitt. Der war kurz mal im Minus auf Jahressicht. Einmal im März und einmal gerade zuletzt auch im Oktober als wir die Tiefs gesehen haben im Markt war der Dow Jones kurz mal auf Jahressicht im Minus. Jetzt aktuell und damit gehen wir dann eben aus dem Handelsjahr ist der Dow Jones etwa immerhin noch 15% im Plus. Wir kommen zum Russell 2000 hier auch mit einer sagenhaften Siegesserie seit den Tiefs die wir im Oktober gesehen haben. Das war ganz knapp nochmal in 52 wochentief und seitdem ist der Russell 2000 ja 30% im Plus. Die aktuelle Wochenkerze wird jetzt hier durchaus auch abrasiert beim Russell. Da schauen wir am Sonntag oder am Montag dann im Marktbriefing ganz genau hin wie wir hier aus dem Handelsjahr rausgehen. Ob es möglicherweise eben nochmal einen Pullback gibt zurück in die 1900er Richtung. Auf Jahressicht ist der Russell 2017 im Plus. Wir kommen zum deutschen Aktienindex der wie der Nasdaq und der Dow Jones ja auch neue Allzeithochs erreichen konnte und der DAX ist zum jetzigen Zeitpunkt mit einem Kurs von 16.750 Punkten mit einem Plus von satten 20% aus dem Jahr 2023 gegangen. Wir kommen zum Hang Sengenex und der hatte ja seit dem Tief im Jahr 2022 eine extreme Kurshistorie 55% Rally bis ans Anfang 2023er Top hier Ende Januar und seitdem hat er übergeordnet verloren 25% auf Jahressicht wenn wir hier Anfang 2023 anfangen ist der Hang Sengenex sage und schreibe jetzt 13% im Minus. Wir kommen zu Nvidia und die Aktie hat natürlich alles in den Schatten gestellt in diesem Jahr mit einer Year-to-Day Performance von sage und schreibe 237% sogar den Bitcoin outperformt und hier würde mich mal interessieren schreibt mir mal in die Kommentare sehen wir im Jahr 2024 Kurse für Nvidia deutlich jenseits der 500 US-Dollar kommen zu Apple und die größte Aktie am Aktienmarkt hat in etwa so gut performt wie der Nasdaq 100 mit einem Year-to-Day Plus auch von sage und schreibe 54% und hat ein neues Allzeit hoch erreicht das letzte gerade vor zwei Wochen hier in der Woche vom 11. Dezember und hier würde mich auch interessieren für kommendes Handelsjahr denkst du das war's für Apple oder sehen wir bei Apple auch Kurse jenseits der 200 US-Dollar für mehr Aktienanalysen und Trade Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x Member dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99€ im Monat von meinen täglichen Markt und Aktienanalysen wir kommen zu Paypal und natürlich wenn wir die Aktie schon fast jeden Tag besprechen darf sie heute auch im Jahres Überblick nicht fehlen bei Paypal muss man aber dazu sagen auf Jahressicht ist die Aktie ganze 17,3% im Minus und ich bin natürlich sehr sehr gespannt ob 2024 das Jahr wird in dem Paypal in diese massive Lücke hier oben vordringen kann und was denkst du sehen wir im kommenden Handelsjahr bei Paypal Kurse jenseits der 80 US-Dollar potenziell sogar jenseits der 100 US-Dollar ich bedanke mich vielmals dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast schau mal in die Videobeschreibung dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading du findest den Broker den ich für mein Trading benutze und auch die Chartsoftware die ich in den Videos benutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao